lalalalalalala la 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 nochmal, aber ist nicht schlecht warte mal lalalalalala ok lalalalalalalala lala du musst am Ende bei deinem Tambro ein bisschen mehr Vibrato reinmachen warte, ich zeig's dir nochmal lalalalalala Lalalalalalalala Perfekt. Du bist so dumm lachlich. Ja, okay, mach mal nochmal. Ich glaube, du musst auch lauter reden, weil das Mikro jetzt noch weiter weg ist. Wobei, das geht eigentlich, okay. Lalalalalalalala Das ist ein Scheiß. Okay, wir haben mal Outtakes. Sehr gut, okay. lalala la 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 laaa Fast, aber am Ende musst du bei deinem Tambro ein bisschen mehr Vibrato reinbringen. Ich zeig's dir noch mal. lalala la 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 laaa Es ist gut! Ok, sorry, okay. Ja, es ist natürlich nur gut, wenn wir es ernst nehmen. Ja. Deswegen ist es gut. Okay, besser. Warte. Fast perfekt, aber am Ende bei deinem Tambro ein bisschen mehr Vibrato Ich zeig's nochmal Oh Mann, mach mal einmal für mich, damit ich weiß, was kommt Oh, wir müssen auch gleich hier noch kurz eine Ankündigung machen, was wir machen Ja, machen wir dann Machen wir erst das Intro jetzt Nee, für Wo ist das denn? Hast du noch einen? Für Patreon So ein kurzes Video Ach, da unten Ah, natürlich, okay Ready? Fast perfekt, aber am Ende bei deinem Tambro ein bisschen mehr Vibrato Ich zeig's nochmal, ja Scheiße, du warst super Warte, ich muss nochmal Lala Das ist das Beste, aber Haare gehen neu, ja, okay Ready? Du musst dann Charakter bleiben Ich hol's dir jetzt aufs Echte Ja, klar Okay Und dann soll ich noch sagen, hast du verstanden? Und dann guck mir Nee, warte, ich mach's dann nochmal nach Ach so Und dann sagst du Genau so Ja Und dann freuen wir uns an die Kamera Genau, okay Aber es wird schwer Ja Okay Auch klatschen ist natürlich doch egal Fast perfekt, aber versuch am Ende bei deinem Tambro ein bisschen mehr Vibrato mit einzubauen Ich zeig's nochmal, ja La, 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 la Scheiße Schau, dass du gelacht hast Ja, Mann, weil du hast die Augen zugemacht Ja Das war gut Weil du auch nicht lachen wolltest Ja Okay, los, letztes Mal, hundertprozentig jetzt Okay Oh, weil die uns am Set hätten rausgeschmissen Wieso? Zu lange? Ja Mann, was denn jetzt Geht das wirklich? Ich guck mich mal an Ja Okay Nein, das bist ja du Okay Fast perfekt, aber am Ende bei deinem Vibrato ein bisschen mehr Tambro mit einbauen, ja? Ich zeig's nochmal La, 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 la Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer wird. Ich auch nicht, okay. Warte mal, ich mach mal hier zwei, drei Haare. Oh, danke. Okay, jetzt 100%. Ja, jetzt. Fast perfekt, aber bei deinem Vibrato musst du am Ende ein bisschen aufs Timbre achten, ja? Ich zeig's dir nochmal. La 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 Vielen Dank.